Heißen wir euch herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde NPEG. Wir spielen wieder Scribble.io. Mit dabei sind der liebe Schulle, Hallo Jonas von Future Gaming Hallöchen Und Freak of Mine Heyho Links zu allen Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung Und ich würde sagen, wir starten wieder mit großen Kunstwerken. Großen Kunstwerken. Ah, guck, ich sehe hier noch Schlagzeug. Ich wollte sagen, das sieht man ja noch. Ja. Hänge ich schon wieder an. Eieiei. Klankö? Ja, alle Scheiße. Ah, genau, warte mal, warte. Wie, warte, 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 ich muss malen. Ja, geh mal noch. Ja, das ist viel zu kurz. Ich dachte, das ist in dem Jahr. Dann kommt hier einfach noch. Ah. Hä? Wo tippt? Genau. Das, das Hashtag, nee, das hätte ich jetzt auch mit Hashtag geschrieben. Doch, doch. Ich hätte es nicht, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ich muss mal was machen, was Schule nicht verstehe. Das geht nicht an, dass der immer so viele Punkte bekommt. Ja, das ist einfach, das ist einfach immer, immer irgendwas machen, was Schule nie versteht. Ich bin gar nicht. Flanke. Ich weiß nicht, das macht, glaube ich, sein Zeichenspiel. Das hat dann Chinesen gemacht. Ihr seid rassistisch. Nein, ich bin rassistisch. Ich bin begeistert, dass du im Detail das meisterst. Ha! Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Entschuldigung. Wie kannst du das immer wieder? Erkennt alle Worte. Was? Na klar. Ey, ich habe noch drauf gewartet, dass das Dichtige kommt. Nicht warten, ein Tickern hier. Gebiss war es nicht, Auge war es nicht, Mund war es nicht. Was soll es denn sonst noch sein? Was, Alter? Meine Augen, Nase, Namen, Loch. Jetzt geht die für die Dastatur rum. Was, Alter? Wieben? Was machst du da, Alter? Ich bin ganz raus. Doppel P. Ich habe, Alter, meine Tasse, ich hasse mich. Bieben. Aha. Bieben. Ja, ich wusste, was gemeint ist. Ja. Also mein Favorit ist ja Bieben. Ja, das ist... So, erst mal mache ich Licht aus hier. Okay, danke. Definitiv, die wird blanker. Ja, ja, würde ich auch sagen. Warte, ich bin noch nicht. Erte... Oh, scheiße, hat der mich ein bisschen verpackt. Egal. Und dann... So, so, so... So, so... So, so... So, so, so... Hey, ich war noch nicht fertig. Oh, Mann, ey. Weißt du, ich... Ich... Idiot... Nee. Entschuldigung, sieht aus, dass man... Scheiße schreibt. Ja, heißt geil. Bei mir Probleme, ich... Ich kann nicht schnell schreiben, ohne Fehler. Das geht, aber ich schreibe einfach schlecht, weil ich nur das Chemie habe. So. Darauf schiebe ich jetzt auch einfach alles, ne? Ich habe einfach Legas Chemie, deswegen habe ich auch weniger Punkte. Weil ich einfach alles falsch schreibe. Das liegt nur daran. Der macht das eh nur zum Schluss. Ist das eine blauere Wolke? Nee. Abgas. Chemtrails. Äh, äh, äh... Asteroid, keine Ahnung. Das kommt aus dem All, oder was? Ja, ja, ist schon die richtige Richtung. Heißt nur anders. What? Hat wir irgendwie... All... Hier... Studiert? Ich wette, wenn der Begriff steht, dann weiß ich ihn wieder. Wenn der Begriff da steht... Was mit Ohr... Den kennt ihr garantiert. Nee, ich kenne nicht. Nicht, ich verringt nicht Meteor, sondern der andere. Der andere? Ah, der andere Kumpel vom Asteroid. Ah, genau. Ein anderes Wort für Sternschnuppe, auf jeden Fall, nicht ganz schwerer ist das. Nee, ganz ehrlich, den kenne ich nicht. Da werde ich um 50 Euro drüber, dass ich den Begriff nicht kenne. Scheiße, ich habe 50 Euro verloren. Ich wollte sagen, für mich kennst du nicht. Aber für jeden 50 Euro, oder? Ja. Echt? Alter, was ist denn das? Ey, ihr habt nicht gesagt, ich mache mit, deswegen küsst ihr nichts. Ich male jetzt, ich hätte jetzt, das nehme ich nicht, ich hätte jetzt Leonardo da Vinci malen können. Ja. Jetzt hat die Mona Lisa gemalt. Und dann können wir Strichmelde vor. Ich hätte die Mona Lisa gemalt und die Leonardo da Vinci. Äh, ja. Äh, Gras? Das hängt ein bisschen aus wie Grasbüsche. Ne? Äh, äh... Achso, ne. Äh, guck mir das nur vor, da wächst das gerade. Ich glaube, ich habe irgendwelche Probleme mit meinen Augen. Irgendwie wächst das Grün bei mir. Also das ist eine komische topische Täuschung. Du hast zu viel gemalt. Ha, Schule kommt nicht. Ja, ich weiß, es ist nicht alles England, aber dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich wollte es gerade anmerken. weiß ich habe noch nicht von meiner hände war noch nicht mal einer tastatur durch und zwar dafür geschrieben scheiße bei hat ja ein wort mehr das war sogar gar nicht danke ich verteidige meinen zweiten platz diesmal hat dann niemals niemals ich brauche punkte das ist ganz viel schreiben ich bin so gut ja wohl 200 wörter später und ich komme drauf die gleiche idee wie ja jetzt jetzt bin ich stolz auf dich entschuldige ich finde das toll was du da gerade machst ich finde das toll was du da gerade machst ich bin wieder vierter guck dir meinen avatar der ist traurig ich habe keine lust mehr aber du hast ja punkte wie das letzte mal zeit passt sehr gut mit so viel buchstaben so und dann kommt da mal in der schönen farbe ich habe mal das hier ich habe schon mal daumen runter wie daumen runter eine sekunde ja so ist er immer die ganze ich habe geschrieben das ist richtig da steht nichts das ist das erste mal dass ich halt irgendwo irgendjemand das ist das hat mich einfach ja ich unterhalte die leute im gegensatz zu euch ich fand mein blitz eben schon nee nee ich fand ihn auch ganz toll schule ok ok was nicht im ernst doch im ernst schulde nicht im ernst doch woher du hättest jedes nee warum nimmst du sofort dieses wort ganz einfach weil Norden passt oben nicht rein Westen passt nicht rein bleibt noch Osten und Süden versuche ich zuerst Osten nein ja doch was so ach so ich hab so gekriegt ich war gerade auf dem Schlauch alter ich ich stand gerade sowas von auf dem Schlauch ich dachte so what the fuck was will was wollen die jetzt von mir also ich 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 weiß nicht ich war ich war ich bin ich sagen was ich bin hier mein hier in dem komischen wege ach dein hören kann man da auch so machen lol nein ich möchte hallo kann man bitte irgendwie hab ich die ganze Zeit markiert das finde ich ganz geil okay ich weiß du was wie ich es gibt es doch Partnership du hast was vergessen die planke ja die wollte fahrern schon also ich weiß ehrlich gesagt nicht ob die dinger wirklich unterschiedlich lang sind im richtigen telefon werden ja unterschiedlich lang ok musikinstrument jetzt habe ich nicht nur ziele von schreibt ja jetzt aber schon ganz geil denn das wüsstest ich war sogar richtig ich habe geschrieben ich dachte das wäre ich habe noch mit ich so ich google jetzt jemand schreibt ich habe keine ahnung ich gebe auf ich weiß nicht wie man zu tun ich weiß das ist natürlich ärgerlich ich gucke doch lieber zu wie wir hier entfernen uns wieder ja es wird ja ist sehr kalt sehr kalt also aber einfach da hat er schon mal richtig geschrieben nur da hat er zwei buchstaben reingenommen zwei falsche ja das gibt es doch nicht doch das gibt es auch bei rolle ich habe es halt auch noch weiß ich sage sogar vor weil ich gedacht habe es kann ja kein xylophon mehr sein weil ich hatte aber unterschiedlich lang macht und dann ist es diese scheiße und ich habe es auch noch geschrieben und das ist nicht mal nah dran oder so was man ganz ehrlich ich gehe jetzt weg ok ich komme mit jetzt doch die traurigste geschichte die ich gehört habe also wenn ihr das auch traurig findet gibt doch mal die video ein like genau was ich traurig finde dass ich immer letzter bin da müsst ihr ein doppel like bei jonas geben damit kommt zurecht dass er glücklich wird ja guck dir meinen avatar an alter der hat schon keine Lust mehr ooooooooh der fühlt sich beleidigt der wird gemobbt hier wir mobben niemanden nur den schwächsten ha ja dann komme ich schon mal nicht in frage gut na gut dann verabschieden wir uns für diese folge wir hoffen natürlich hat euch wieder spaß dabei schaut gerne bei allen in den bei allen kanälen vorbei die sind unten die links dazu sind unten in der video beschreibung und ansonsten habt noch einen schönen tag bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss tschüss